Am 22. Mai startete mit großem Andrang die neue Film-AT-Filmreihe Filmschauen mit Schädel im Sine, eine Kooperation mit dem Wiener Sine Center in der Innenstadt. Bis Oktober wird Franco Schädel nun zweimal monatlich in den Saal 1 des Sine laden, um sich gemeinsam mit Ihnen aktuelle Kinofilme anzusehen. Ja, ich bin genau dieser Schädel, der seinen Kopf für diese neue Aktion hingehalten hat, und zwar aus freien Stücken und gerne auch noch dazu. Halten Sie einfach Ausschau nach den entsprechenden Gewinnspielen auf film.at. Und schon sind auch Sie dabei.